Na, geht doch. Es geht doch. So, dann wollen wir doch mal wieder da runter. Ah, ich finde das schon geil mit den ganzen Zusatzkapiteln. Also, wow, wo sind wir denn jetzt? Ähm. Okay. Oh, scheiße. Oh, fuck. Willst du mich? Oh, nein. Oh, Gott. Oh, scheiße. Das ist doch... Oh. Ich weiß nicht, ob ich hier durchkomme. Ja, bitte einmal überspringen. Okay, pure Konzentration. Und einmal senken. Oh, Mann. Okay, Klappe halten, Lacey. Und konzentrier dich. Okay. 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 Okay? Good morning. Oh, der. Okay. Oh, das mees. Ah, das ist mees. Aha. Hm. 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 Oh, scheiße. 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 Vielen Dank. 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 Verdammte Timing, Sarum. Verdammt, das ist wieder so ein Ding, wo ich unter Anspannung stand. Uiuiuiui. Oh Mann, tut mir jetzt die Finger vor Anspannung weh. Ich weiß, ich weiß, unten rechts wäre es, aber mir war das nicht wert, noch mal zu krepieren, noch mal von Anfang an. Oh, ich fühlte sie in der A child whose innocence was cruelly taken from her. What kind of god could allow such things to happen? Innocent children turned into monsters. I thought then I could save her. Show her some kindness that might mean something to her. What a fool I was. Just like the three Brotherhood founders, we were all betrayed. I feel a sense of pity for them now. I have travelled that road. That they first set out upon. And I have become that which they became. I am darkness. I am shadow. Oh god. Ja, Gabriel geht langsam in die Richtung in der auch Laura gegangen ist. Ich weiß, wir haben zwei Finger vergessen, aber ganz ehrlich bin froh, dass ich das Level geschafft habe. Allein wegen dem Leviathan und... Oh, blöse Socke. Nee. Ich bin froh, dass ich jetzt hier bin. Es scheint sich nichts zu tun, also muss ich später hierher. Aber das sieht doch alles so toll aus. äh Gariel, würdest du bitte Danker? Ein Teil scheint zu fehlen Na, ob dem wirklich so ist? Okay Ach du Schande Ach nein, sagen wir nicht, das ist doch so ein Ach du Schande 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 Mal schauen, ob das jetzt funktioniert Yes Sehr schön Gut, wir haben ein Finger Mal schauen Jetzt können wir uns ja wieder Ach du Schande Das ist gut, dass wir jetzt wieder Gabriel haben Das ist gut, dass wir jetzt wieder Gabriel haben Ja 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 Das ist gut Das ist gut Das ist gut Okay 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 Wollen wir mal Ja Wir wollen ja schließlich auch mal ein bisschen weiterkommen und nicht andauernd an Einer derselben Stelle hängen bleiben Okay Okay Sie will die Kapelle Oh nein Oh nein Sehr schön Sehr schön Jetzt zurück Jetzt zurück Sieht so aus Was Wahrscheinlich Wahrscheinlich jetzt wieder oben hin Um es einzusetzen Ich hoffe Ich hoffe doch meine Liebe Ich hoffe doch sehr Ja Das wird nicht gut gehen, habe ich das Gefühl Oh Gott Oh Gott Ach du Scheiße Ähm Wenn hier die Zeit zurückgedreht ist Okay Okay Geh weg Geh weg Hackengas Okay Darf ich nochmal bitte zurück? Darf ich nochmal bitte zurück? Oh Gott Sieht das geil aus Wieder einmal zeigt das Spiel Wie geil es sein kann Wie geil es sein kann Ich rufe Tschüss Wie geil es sein kann